Was ist mir das eigentlich, Latte? Können sie auch hier drinnen rumhausen, wenn sie veräulten. Solange alles heil bleibt. So, geht nicht mehr viel. Nee. Ja! Sollten wir den Eid so haben, oder? Ich würde nicht sagen, oder? Zwei fehlen noch. Ja, drei. Oh, ich bin schon dabei. Er ist schon dabei. Wir müssen meine Coke uns reinziehen. Ich hatte wieder einen Buggy Baum, aber anscheinend hat er die Wand nicht gekillt. Nochmal? Ich hatte gerade einen Buggy Baum, aber der hat einen Schreck die Wand nicht gekillt. Ah, so. Der hat sich dann auf der Stelle gedreht und es dann in die andere Richtung gefallen. Okay. Dann haben wir das Schwein gehabt. Da hat sich dann auf der Stelle noch alles feil gegeben. So. Fällt in die richtige Richtung. Nehmen bei Sammeln der Sticks. Und nimm den Baum natürlich mit. Ich habe Glück gehabt. Alles feil. Ich habe Glück gehabt. Ich hätte mich hier auch noch. Okay, hier. Ja. Dann müssten ja hier irgendwo Stämme sein. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Super. Na, es macht ja langsam wieder was her. Die Mühe zahlt sich aus. Na ja, wenn man bedenkt. Wir müssen doch die scheiß Brücke wieder bauen. Ja, die mache ich bestimmt nicht jetzt in der Aufnahme. Das kannst du mal vollkommen vergessen. Ja, ne. Wir sollten nachher einfach mit dem Hauptprojekt anfangen. Und die auch wieder so nebenbei bauen. Ja, gut. Das ziehen wir hier jetzt gerade, ne. Voll durch. Außer die Floßfahrt. Ja, klar. Blöd, da eine Treppe zu haben ohne. Ohne unsere Tour. Ja, klar. Also gut, das war jetzt, ne. Aber mit der anderen Brücke, die ist jetzt nicht gerade so wichtig. Wir kommen die anderen Holzplattformen hoch. Und das verbinden wir nochmal alles. Einer liegt da hinten noch. Einer liegt da hinten noch, sagt er. Einer, einer liegt da hinten noch. Einer liegt da noch. Einer liegt da noch. Er kann ja noch mit dem 5 geht oder so. Gewesen sein. Hier liegt gar nix. Warte, ich liegt noch einer. Ja, wie weit entfernt. Hammer. Und durch die Falle. Bumm, bam. Weg sind wir. Okay. Und rein da. So, wir müssen was speisen. Unser Magen ist komplett leer. Ey, wie oft der Hunger hat, ne. Das ist der Wahnsinn. Ja, hab ich. Eins. Zwei. Ja. Wir haben unseren Turm zurück. Ja, hier ist ein Baumstamm. So, packen wir den mal hier mal rein. Und gehen mal vorsichtig hinauf. So, der Aufweg ist diesmal ein klein wenig versetzt. Aber funktioniert prima. Wenn man daneben tritt, dann ist man tot. Ganz einfach. Hier können wir Alpha runterschubsen. Nee, geht doch nicht. Runterschieben so. Alpha bildet sich. Mit dem Bilderbuch. Das täuscht. Ja gut, dann warten wir jetzt, dass es endlich wieder Tag wird. Und dann machen wir erstmal voll ne fette Höhlentour. Würde ich sagen. Weil wir haben grad genug gebaut. Joa, das könnt ihr euch gern dafür. Ja, nee. Ich denk auch so ein bisschen an unsere Zuschauer. So, wenn ich auf die Zeit das gerade beobachte, wie lange wir gerade aufnehmen und wie viele Folgen das gerade werden. Ja klar. Aber ich finde, die mit den Totenschädeln, die sind mittlerweile heller geworden, die Fackeln, ne? Du meinst die vor den Türen, ne? Ja, ja, hier. Ich hab oben mal zwei oben rausgesitzen. Mal gucken. Ja, können wir ja mal machen. So, wir sind gleich durch. Aua. Nein, nein, nein. Und mittlerweile können wir die nur noch verbauen. Und die müssen wir nicht andrücken. Ja klar. Na macht echt was her. Schauen wir nochmal vorne. In der Ehrlichkeit, doch. Wenn wir nur schön die Köpfe ausbrennen. Ja. Das haut hin. Das haut hin. Langt vollkommen. Klar. Eindeutig. Die Dinger können wir überall hinstellen. Die brennen von alleine. Ja eben. Hier mal den Kopf. Ja, ich geh auch mal einen ausbrennen. Ich hab nämlich noch einen in der Tasche. So, hier haben wir ein Lagerfeuerchen. Und da haben wir das Köpfchen. Ja und zwei haben wir auch noch. Sehe ich gerade. Genau. Wir sind einigermaßen ausgerüstet. Also wir sind nicht top, aber auch kein Flop. Ja okay, die Schädel kriegen wir ja auch noch von... Wenn wir denen die Dinger nicht kaputt haben. Ja, also... Ich bin damit zufrieden. Sagen wir's so. Ach, die wäre verdrückt. Und wir haben das. Nebenbei bauen wir mal zwei, drei Mollys wieder. Wir haben fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ach Mollys. So, unser Schädel müsste da jetzt rauskollern. Da ist er. Au. Warum hab ich denn Schaden genommen? Hast du da irgendwas drauf gemacht? Eigentlich nicht. Alter, ich hab voll Schaden genommen. Hast du hier vielleicht gegessen? Nein, ich hab den in der Tasche. Gute. Den ist bald. Die Animation ist aufrecht, ne? Welche? Wenn du Blätter reintunst, dass das Feuer auf einmal so nicht aufhacht, aufbricht. Ne, das kann auch sein, weil's gerade so stark brennt. Achso, okay. Schon. Und du es nicht wieder anheizt, in dem Sinne. So, 29 haben wir aus dem schönen Töpfchen rausgekriegt. So, jetzt werden wir mal noch ein bisschen das Lager ausnehmen. Wenn ich hier irgendwie rüberkomme, ist es doch wieder zum Mäuse-Mägen. Alter. Ja. Endlich. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir... Ja, ja. Äh... Dann... Gehen wir jetzt... Arrrr. Ein klein wenig noch im Lager ausrüsten. Für unsere Höhlen-Tour. Das war ein Frosch. Wir haben ein Frosch krank. Ja, hier, Mann. Achso, alles... Leck mich. Wenn du die Falle... Achtung, neben dir rechts. Neben dir, oder? Hinter dir. Was ist denn? Alter, da steht ein Tussi. Hier. Weiß ich nicht. Ich versuch sie gerade ab zu kriegen. Achso, sie will nicht. Hier, ich hab sie. So. Weckgeschmissen. Ähm... Wenn du... Die Falle einfach neu spannst, dann sind die auch weg. Die läuft ja immer her, die. Echt? Ja, bei mir schwebt die hier überm Boden. Ja, bei mir auch. Ich kann die Falle nicht neu machen. Oh, Bagdad. 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 Ja, Sephorestus. So, wir gehen uns ausrüsten. Scheiße auf die Falle. Da hinten hat einer Dauerlauf. Vielleicht muss er sich auch mal kurz entleeren. Ich darf mal denken, ne? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt aber schnell! Jetzt aber richtig schnell, ne? Weil hier hängt ja auch schon einer. Okay, die packt auch. Da hinten rum, ne? Kleiner, verdammter... Leute, ich hatte da nicht mal ne Axt raus. Was geht denn ab? Du wolltest nen Faustkampf. Du wolltest so nen klassischen Faustkampf einfach. So, wir haben auf jeden Fall genügend Koks wieder. Sehr gut. Die Zoda ist auf 10. Da hinten laufen zwei im Dauermarsch. Keine Ahnung, was los ist. Ich glaube, wir müssen nachher mal... Wir könnten mal speichern gehen, ey. Sicher wär's wahrscheinlich, ey. Bevor wir irgendwas gleich machen. Wo ich grad die beiden auf der Stelle laufe seh, denk ich nämlich, wir müssen wahrscheinlich nachher einmal kurz das Game neu starten. Ja, war ja fett Stelle, ey. Ja, vor allen Dingen, wenn die schon wieder auf der Stelle rennen, dann... ist das meistens so ein Zeichen dafür. Das hast du auch oft genug im Singleplayer. Ah, hier rennen sie auch auf der Stelle. Zu viert oder zu fünft, ey. Dieser eine Stelle ist auf mich zugestürmt. Ich hab mich hinter die Pfanne geschlägt und er ist vorbei gelaufen. Ja, du solltest aufpassen. Hier hinten sind eins, zwei, drei, vier... Wo bist du denn da hinten? Vier... Vier oder fünf Stück sind das. Du kommst ja die Dächer irgendwie nicht mehr so gut hoch, jetzt. Da haben sie was gegen gemacht. Da hinten ist auch einer und lungert und schaut. Ah ja, da sind so ein paar. Der steht schon wieder hier. Pass auf, lassen wir ihn wieder glitschen. Und tschüss! Was? Wo ist der denn hin? Warte auf. Laptop! Ja, ich hab das... So wahrscheinlich, um ihn zu packen. Weil immer wenn ich sie dann wegwege, hört das auf. Ach... Manchmal hab ich bei The Forest auch keine Idee, woran das schon wieder liegt. Manchmal bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Aber ich denke immer, momentan backt das auch einfach, weil du wirklich so lange schon lebst, lieber. Kann sein. Ich hab's gemeldet mit. Ich hab den vielleicht auch noch in den Balken. So, so hingehen. So. Okay, wir können jetzt Fische fangen. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi? Fischi? Gork. Stuh. Da. Ja, das gibt's noch nicht. Hast du einen Fischi? Jetzt. Wir brauchen mal Frischfleisch. Ich hab auf jeden Fall meinen Beutel mal aufgetrunken. Da hinten ist noch einer. Hier so ein bunter. Zack. Equipment. Und wie füllen wir den jetzt auf? Warten die noch mit 10. Okay. Ah, jetzt. Sehr gut. Ach, ich hasse dieses Wassergeräusch, ey. Gut, dann gehen wir mal. Was futtern? Und zwar die Fische. Fische. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Ja, funktioniert nicht. Vielleicht sind die aber auf die Tür rein. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile auch Türen aufkriegen. Vielleicht haben die Entwickler von The Forest gedacht, die müssen wir mal ein bisschen intelligent machen. Ja, ja. Ne? Bei dem ist jetzt nicht so. Ja, ja. Nein, nein. Essen. Na mal am Ohr. Das hat mal richtig reingehauen. Wir sind sofort satt. Was ist denn hier schon wieder kapatt? War ja auch mal Frischfleisch, ne? Äh, frisch. Frisch. Äh. Frisch. Äh. Frisch. Frischer Fisch. Frisch. 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 Nino. Warte. Hast gerade deinen Monitor umgeschmissen, oder? Ne, eine als Funktion von Bindol. Achso. So, wir haben was getrunken. Ich habe was getrunken. Oder was? Hahaha. Ohohoho. Hey, die Haare, die ich gegessen habe, der hat mal so vielleicht ein Viertel gebracht. Wieso kann ich denn die scheiß Kräuter hier nicht aufsammeln, ey? Ja, den ganzen Garten leer gepflückt hier. Ja, den ganzen Garten leer gepflückt. Gar nicht, nein. Doch klar, die drei da sind nur noch Animationen, die da sind, ey. Hahaha. Das ist von wegen der Mitte überhaupt was drinnen zu sehen, ey. Hier, sowas kann da drinnen pflanzen. Kirby, kriegst du aber nicht. Hahaha. Ich glaube, die sind noch nicht groß, aber... Ja, das ist das Ding. Aber den Rest hat mich weggegangen. Hahaha. Und ich habe leider keine Samen, um sie neu zu bespüchen. Ach, ich auch nicht so scheißegal. Ich habe eigentlich gedacht, dass du es vielleicht, wenn du welche Pelle sie abgehandtest, du auch Samen dafür kriegst. Aber nö. Ich habe auch gerade keine mehr. Aber so, ich ja gebe die Hose, ey. So, ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf den Weg hier. Ich bin nämlich ready. Ich habe gespeichert. Wie sieht es bei dir aus? Ja, stimmt. Ich habe gesaved. Ich muss noch speichern lassen und dann zurück. Warte. Und dann suchen wir uns mal ein schönes Höhchen. Am liebsten natürlich eine, wo wir noch nicht drinnen waren. Das wird aber gar nicht so einfach, aber da müssen wir tatsächlich ein wenig suchen. Aber ich glaube ein paar haben wir noch. Ja, wir nehmen die hier vor uns. Weil die ist so groß, die haben wir noch nicht komplett. Dort, hier haben wir komplett. Nee. Die da hinten im Lager, meinst du? Ja. Natürlich haben wir die. Da haben wir zwei, zwei, äh, zwei, äh, sind wir nicht abgegangen. Ja, dann zeigst du mir die aber. Welche es genau waren, keine Ahnung. Verdammt, wir sitzen hier fest. Nein, wir müssen hier auf uns. Ja, dann sehen wir erstmal eine neue Höhle. Ja, wo bist du denn? Wir sollten da wieder rein, weil da ja noch die Karte und sowas wird. Genau, und Kompass, und hast du nicht gesehen. Ich freue mich hier erstmal. Ich kann auch so ne geilen Geräusche machen, hier. Wir nehmen dabei meinen Kuchen zur Hand. Da war das Peitschen-Geräusch. Kampi aus dem... Einmal nicht. Peitsche. Beifall, die ist jeder wieder leer. Oh, Bambi. Bambi back, Bambi back, Bambi back, Bambi back, Bambi back. Bambi ist schon gar nicht mehr bei mir. Oh, das funktioniert nicht, geht dann nicht. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja. Bei Kirby crash... Bei Kirby... Bei Alpha crash das Spiel. Bei Kirby steht host no respawning. Somit heißt das... Machen wir... Okay, dann machen wir ein kurzes Aufnahmepäuschen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.